Hallo, ich wollte ein Lied singen und ja, es wird wahrscheinlich nicht so gut sein, also verzeiht mir, aber ich bin kein professioneller Singer oder sonst was. Aber ja, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem in irgendeiner Art und Weise. Und ja, dass sie heißt Friend Please von Twenty One Pilots. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Yes I will Oh Friend, please remove your hands from over your eyes for me. I know you want to live, but friend, please don't take your life away from me. Ähm, danke. Ähm... Dass ihr überhaupt zugehört habt. Ich weiß, es war nicht gut und meine Stimme klingt nicht wirklich so gut. Ich hab keine gute Singstimme. Aber ich hoffe, es hat euch doch ein wenig gefallen. Äh, doch so. Also... Ich liebe dieses Lied. Es... Also die Message geht an jeden, der es irgendwie hört. Ähm... Ja, und welcher damit Probleme hat, äh... Ich liebe die Band und ihre Songs und... Sie... Haben... Ähm... Ja... Für mich persönlich... In letzter Zeit ein sehr viel... Einen sehr großen Komfort-Space irgendwie geschaffen. Ähm, ja. Tschüss! Tschüss! Schöpfiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiff